Da sind wir wieder und wieder mal mit Recover, nur im Abschluss bestätigten Modus, wie immer mal, wie gesagt, ich mache ja alle Runden mal hier, einmal zeige ich mal durch und sage eben, hey, jeder Modus ist eben halt, hier gibt es noch ein paar neue, die ein bisschen spezieller sind, deswegen, also der Multiplayer an sich, der macht schon Gaudi, Singleplayer, ob ich den, also eben halt die Story, ob ich die mache, weiß ich jetzt noch nicht ganz genau, wenn ich noch ein anderes Projekt nebenbei am Laufen habe, deswegen, ähm, abwarten. Erstmal gucken, wie es läuft. Oder wie es nicht läuft. Oder wie es laufen sollte. So, und los geht's. Oh, verstand ich? Wärts nicht. Hey, nein, mit dem besseren Set habe ich noch nie einen drauf. Abschluss bestätigt. Ey, was ist mein... Abschluss bestätigt. Ja, 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 ja. Ey, ich hasse diese Runner. Ey, das lagte heute, was ist das denn da? Ja, 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 ja. Oh, verstand ich. Drohung durch, Mist. Abschluss bestätigt. Achtung, feindliche Vorräte. Abschluss bestätigt. Feindliche Drohne über uns. Abschluss bestätigt. Okay, erst mal raus. Hier! Feindliche Wolken im Orbit Abschluss bestätigt Läuft Oder auch nicht Unsere Drohne ist online Oh! Interaktivität! Abschluss bestätigt Ist egal, ich wollte plötzlich einen Abschluss Abschluss verwehrt Auf die Runde Feindliche Torne online Ups Ah, war klar Also wie ihr seht Im Map-Changing gibt es ja auch Und ich will mich ja hier nicht einfach so wegballern lassen Ja, genau Oh Feindliche Fallreze kommt Hä? Feindliche Golyak Das war klar. Ey! Was ist denn das? Na dann rück mal. Feindliche Drohne online. Abschuss bestätigt. Abschuss bestätigt. Urlaubskräder in Bereitschaft. Abschuss verwehrt. Abschuss bestätigt. Robitaal vorliegen in Bereitschaft. Huuu. Unsere Drohne ist online. Bombe. Feindliche Drohne online. Werde beschockt. Starte Vorräte. Ja. Ja. Nein! Nein! Yeah! So. Und dann wollen wir mal. Verbündete Bombardierung räumt den Weg frei. Nee, oder? Wir bezahlen niemanden fürs Verlieren. Beim nächsten Mal muss was anders werden. Das gibt's doch nicht. Ja, das ist scheiße gelaufen würde ich sagen. Aber soll vorkommen. Ohne Mike da noch. Die kann ich nicht so stehen lassen. Ja. Defender. Defender kenn ich gar nicht. hab ich selber noch nicht gemacht, also naja, werden wir ja sehen. Ich weiß gar nicht, gibt's hier eigentlich überhaupt Prestigemodus? Hab ich noch gar nicht drüber nachgedacht, oder beziehungsweise mir angeschaut, ob es so weit überhaupt gibt hier. Wer würde mich denn doch schon interessieren? Aber andersrum kann ich's mir ja nicht anders vorstellen, wenn ich da schon einen hier sehe, was die da von ranket haben. Also wer sich Easy Rider nennt, der kann nur so ein kleiner Flamer sein eigentlich. Also hab ich zumindest die Erfahrung, ihr macht die Typen, die sich immer ganz komisch nennen. Das sind immer die, die am meisten rumheulen. Naja. Das werden wir jetzt in der nächsten Runde dementsprechend sehen. Defender, wie ihr sagt, kenn ich nicht die Map. Muss ich selber erst mal schauen. Kugeln können von schweren Schilden abprallen und töten. Echt? Na dann. Leck, 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 leck. So. Kann losgehen, oder? Ach doch, ich glaube, ich hab die schon mal gespielt, aber das war auf ne... anderen Modus. Abschluss bestätigt. Nein! Ich meine, hier ist es ja noch schwieriger, ähm, zum Beispiel, falls ich mal wirklich jene erhecken sollte, zum Beispiel, kann... Kann ich ja fast gar nicht nachvollziehen. Feindliche Drohne über uns. Ja, natürlich. Feindlicher Raketenschlag. Na, das läuft, ja. Wir haben die Führung übernommen. Kann ich mir ja nicht vorstellen, so schlecht wie meine Runde hier läuft. Hey, was ist denn? Das ist doch nicht normal. Wir haben sonst keine Probleme mit dir. Abschluss bestätigt. Abschluss bestätigt. Abschluss verwehrt. Ah, nein! Ich habe das Messer in A, den Krieg heute nie hin, ja. Ich habe das Messer in A, das ist doch nicht möglich. Hehehe. Abschluss bestätigt. Egal, Mütze ehekriegt. Feindliche Drohne online. feindliche drohne online und los 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 salami war nun kennt ihr das Verbündete Drohne über uns. Ich habe eine kleine Arte geworfen. Starte Vorräte. Ich habe dich. Ich bin bestätigt. Ich bin bestätigt. Das ist heute echt schlimm. Also wenn man cappt, dann muss man wo treffen. Läuft. Ich bin bestätigt. Ich bin bestätigt. Ich bin bestätigt. Abschluss bestätigt. Ja. Klar. Man ist ja schon um der Ecke, weißt du, weil die Kugel eben so im Bogen hinterher fliegt. Läuft. Ich bin bestätig. Okay. 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 Ich bin jetzt so. Ach man ey. Wir sehen uns denn im nächsten Video, beim nächsten Multiplayer Modus. Bis dann, euer Netherplayer.